Jo Leute und willkommen zurück zu God of War für die Playstation 4 Das letzte Mal sind wir ja hier stehen geblieben Freunde Und was war das bitteschön für eine Folge? Die letzte Folge ey Holy Shit Und der kleine Junge hat die ganzen hier einfach mit Kratos Axt getötet Richtiger Motherfucker dieser Boy Naja gut es geht weiter Freunde Oh Mann ey Die Treppe ist blockiert Da vorne ist ein Lichtkristall er liegt einfach da Vielleicht hilft er uns diesen blöden Ort zu verlassen Okay da ist und da Da ist ne Truhe also da als erstes da vorne Die Truhe holen wir uns natürlich als erstes erstmal Zack Was haben wir denn hier schönes drinnen? Zersplittertes Herz von Alfheim Selten Zauber Reduziert jeglichen Schaden durch Angriffe von Dunkelelm um 12% Maximal 36% Okay So Und der ist da vorne rein mit dem Kristall Haha Kristall Wer es nicht versteht Kristall So ein Kristall Und der Komiker Kristall Freunde Richtig witzig Gegner Juhu Kämpfen Kämpfen Und tot Und noch mehr Und tot Und tot Locker easy Locker easy peasy Fack Okay Haben wir geschafft Fack Fack So www. patterns Schade Schwert Was ist das? Das war's für heute. Das war's für heute. Machen wir uns auf den Weg zurück. Wow, 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 wow. 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 R1 gedrückt halten. Okay, alles klar. Ähm. Ah da. Fuck. Ah, okay, so. Na komm Kratos. Wo bringst du den denn hin? Junge. Na, was steht denn da? Aus dem Licht werden wir geboren. Ins Licht kehren wir zurück. Das Licht ist der Fluss der Seelen, der uns verwandelt, uns verschluckt und der Leben und Tod durchzieht. Das Licht ist die Wahrheit, das Licht ist alles. Alles klar, das Licht klingt großartig, aber vielleicht macht es einen auch verrückt. Ja, brauchen wir den Kristall nochmal? Erstmal gucken. Oh sieh nur, die blaue Tür, die keine Tür ist. Und eine Sandschale. Aber wie soll ich denn da rankommen? Ja, okay, wir brauchen den Kristall nochmal. Okay. Dann heißt es erstmal den Kristall holen. Wie weit willst du den überall hin mitnehmen? Da kann er noch nicht rein, also erst mal ich sehe. Und wie komme ich jetzt noch nach oben hin? Bitteschön. Äh... Ähm... Ähm... Äh... Wie soll man... Hä? Hä? Äh... 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 Immer noch zu langsam. Scheiße. Äh... 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 Jaaa... Oh mein Gott! Ey! Oh mein Gott! Ich will es nochmal versuchen, ich will es nochmal versuchen, alter Schwede Ja, direkt verkackt Mann, das gibt es nicht Was ich das nicht schaffe Schon wieder zu langsam Mann, das kotzt mich jetzt richtig an, Freunde Das kotzt mich jetzt mega an Ich habe noch nicht mehr mit der Axt getroffen Holy Shit Ich lasse es gut sein Ich lasse es sein Ich schopfe sowieso nicht Mann, ey, Mann Oh, das kotzt mich jetzt richtig an, Freunde Jetzt kannst du die Schale erreichen Mann, ey Lies vor Höchster Baum noch größter Mann fangen größer als ich an Ja, Samen ist richtig Dämliche Rätsel Also, es ist doch eine Tür Ja 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 Und– Was will er denn jetzt? Ich hasse den Kerl. Er wird zurückkommen. Müssen wir wirklich wieder hier runter? Siehst du einen anderen Weg? Nein. Also? Oder ist was? Von hier aus geht das nicht wieder nach oben. Ich weiß. Wenigstens von dem was. Die 718 Hacksilber. Warum nicht? Dann ist da noch was. 2 von 6 allem Artefakten. Okay. Na toll. Jetzt sehe ich kaum noch was. Es gibt Licht. Das muss reichen. Oder? Deine Pfeile. Der Wagen. Die. Die. Das muss reichen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich darf mit Ruhe. Jetzt ist die Frage. Hier bekommen wir die. Ach da, okay. Ähm, ja, okay. Äh? Wie sollen wir hier ohne einen Kristall rüberkommen? Wir finden einen Kristall. Hä, wie sollen wir hier ohne einen Kristall rüberkommen? Da ist nur... ...ein so ein Ding. Sieh doch mal genau hin. Gleich da drüben ist ein Raum. Junge. Hm. Na ja. Egal. Und jetzt kommen wir noch später. Dann kommen wir doch schnell weg. Stop, 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 stop. Okay. Locker, easy war das. Hier ist nix. Aber da ist was. Drei von sechs allen Artefakten. Okay. Jetzt fehlen nur noch drei. Okay. Jetzt fehlen nur noch drei. Sei wachsam und still. Sei wachsam und still. Junge, schieß. Ich weiß, wie das geht. Whoa. 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 Schade tot. Ach das ist schon ok. Da ist wieder eine Truhe. Ach das ist die selbe Truhe die wir schon hatten. Da fehlen nur noch 2 Siegel. Jetzt ist halt die Frage. Wo sind die beiden letzten Siegel? Um diese Truhe zu holen. Da ist eine. 12 von 3. Ok wo ist jetzt das letzte? Jetzt fehlt uns nur noch ein Siegel. Aber wo ist jetzt das letzte? Wo ist jetzt das letzte? Wo ist jetzt das letzte Siegel? Hier kann es nicht sein. Da drin liegt noch was. Das nehmen wir doch gerne mit. 4 von 6 allem Artefakten. Ok. Hier waren wir auch schon. Da ist auch noch eine Truhe. Wir holen uns mal. Ja. 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 Wo ist jetzt das letzte Siegel? Ja. Wo ist jetzt das letzte Siegel? Das muss ja hier irgendwo sein Aber wo? Wo? Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Holy shit, holy shit, holy shit. Schau, steh auf! Verdammte Kacke. Puh. Puh. Holy shit, holy shit, holy shit, holy shit. So what did I do? Puh. 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 Holy shit, mam. Oli holly molly Macaroni Aga Boah Wie stark ist denn der Kerl? Alter Falter ey. Rüstung. Ah, ein bisschen neue Fähigkeiten kaufen. Wollen wir uns das hier? Äh. Okay, gut. Oh, was für ein Scheiß kommt ey. Alter, Papa alter. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Alter! N спасen Yooo! Yoooo! Willst du mich verarschen, Alter? holy shit man das gibt's doch nicht holy moly ja 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 GOOOOOO Yo, 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 rob'n Wegst mich Hafen, Alter Holy shit, Mann Was für ein scheiß Gegner Holy shit, Mann Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Holy moly, Alter. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, 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 oh. Holy shit. Holy shit. Wow, 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 wow. Weg hier, weg hier, weg hier. Komm schon, komm schon, komm schon. Nicht mehr viel. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich bring dich um mit meinen Pfeilen, Alter. Alter. Ja, Mann. Ja. Geschafft. Boah. Alter Verwalter. Puh. Nein, das kann nicht sein. Was hat er gesagt? Es war ein schwerer Fehler. Alter Verwalter. Boah. Boah. Alter Schäde. Haben wir den Falschen geholfen? Ich. Lass mich raten. Du hattest ja gesagt, dass wir uns nicht einmischen sollen. Puh. Das reicht. Können wir jetzt gehen? Alter Schäde, ey. Was für ein Kampf. Puh. Erinnerst du dich an die Antwort? Ja, ja. Puh. Alter Schwede. Junge, lies das. Junge, was steht da? Du redest nur mit mir, wenn du irgendwas von mir brauchst. Willst du mir irgendetwas sagen? Ich sagte, du redest nur mit mir, wenn ich dir irgendwas übersetzen soll. Wenn Mutter hier wäre... Wenn deine Mutter noch leben würde, wären wir gar nicht erst hier. Atreus. Vergiss es. Na schön. Oh, Freunde. Ich würde sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Genauso wie ein Abo, Freunde. Und da würde ich sagen, hört man sich zunächst mal wieder. Haut rein. Zockerboy. Game. Over. Ciao.